Musik Liebe Mitglieder, liebe Kung-Fu-Kinder, zwei Videos fehlen noch, dann haben wir unsere Form fertig. Ich komme gerade vom Fahrradfahren, habe mich schon ein bisschen aufgewandt. Es geht gleich los, heute die nächsten Bewegungen, ein paar Kicks kommen noch und dann werde ich euch die nächsten Tage das letzte Video mit dem Schluss von unserer Form Shaolin-Wu-Sing-Bafat-Tren vorführen und zeigen. Und dann bin ich gespannt, morgen ist der große Tag, wo unsere Regierung bekannt gibt, wie es weitergeht in der Corona-Krise. Wir hoffen auf Lockerungen, wir hoffen, dass wir baldmöglichst den Unterricht wieder anfangen können und ich freue mich schon zu sehen, ob ihr die Form geübt habt und ob ihr sie gut könnt. Eins, zwei, drei. Neun. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Zehn. 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 Bleibt gesund und viel Spaß beim Üben. Bis bald. Zehn. 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 Untertitelung des ZDF, 2020